Hallo, mein Name ist Sarah. Ich zeige hier einen möglichen Workflow für die Archivierung von digitalen Fotografien. Auf einer Grabung ist es wichtig, die Grabungsstelle und die Befunde fotografisch festzuhalten. Genauso wichtig ist es, diese Bilder richtig zu archivieren. Es handelt sich hier um einen prototypischen Umgang mit digitalen Daten. Diese muss keine Gültigkeit für alle weiteren Grabungen haben. Ich konvertiere Bilder, die in der Kamera im RAW-Format gespeichert werden, in das Format TIFF, um sie für die Archivierung bereitzustellen. Die Konvertierungssoftware, die ich hier benutze und die im Hintergrund schon sichtbar ist, ist XNVIEW und sie ist frei im Netz verfügbar. Prototypisch bedeutet in diesem Zusammenhang, alles was ich hier zeige, geht mit einer vergleichbaren Konvertierungssoftware genauso. Wichtig sind die Informationen über die Formate. Arbeiten mit offenen Formaten bedeutet, dass ich diese mit vergleichbaren Programmen genauso handhaben kann. Bevor die Bilder aus der Kamera importiert werden, blicken wir auf die Ordnerstruktur. Wir sehen den übergeordneten Ordner mit dem Namen des Projekts. Darunter mehrere Ordner für verschiedene Dateitypen, die auf einer Grabung anfallen können. Der Dateityp unserer Kamera ist die RAW-Datei. Auf einer Grabung werden durchaus mehrere Kameras verwendet, deren Bilder getrennt voneinander importiert werden. Ich importiere Bilder von einer Canon 1100D. Einen Ordner mit diesem Namen habe ich vorher schon angelegt. Das Importieren geht über zwei Wege. Entweder über Datei, Twain, Quelle wählen oder eben über Werkzeuge Importieren und Sortieren. Das Importieren der Bilder erfolgt nach jedem Grabungstag. Die Bilder der jeweiligen Tage sind hier in einem Ordner gespeichert, der nach ihrem Erstellungsdatum benannt ist. Wir arbeiten mit den Bildern des 20.03.2016. Folgendes werde ich nun mit diesen Bildern tun. Ich benenne sie um und ich werde sie dann der Archivierung zuführen, indem ich sie in eine TIFF-Datei konvertiere. In einem weiteren Video erkläre ich, wie ich für eine mögliche Veröffentlichung zum Beispiel im Internet verfahre. Kommen wir nun zum ersten Schritt, dem Umbenennen. Die Bilddateien haben von der Kamera eine durchlaufende Nummerierung erhalten. Es ist sinnvoll, diese Nummerierung zu verändern, um zu vermeiden, dass es innerhalb einer Grabung Dubletten in der Namensgebung gibt. Es kann sein, dass die Kamera einen Dateinamen an zwei unterschiedlichen Tagen vergibt. Auch sinnvoll ist das, um anhand des Dateinamens eine Zuordnung des Bildinhalts vornehmen zu können. Für die Namenskonvention kann es Vorgaben vom zuständigen Landesamt oder dem Projektleiter geben. Hier muss man also immer nachhaken. Ich zeige hier nur eine Möglichkeit, und zwar die, Informationen aus den Metadaten für die Dateibenennung zu nutzen. Ich markiere alle Bilder, die ich umbenennen möchte. In diesem Fall der Übersichtlichkeit wegen wenige. Auf einer Grabung werden an einem Tag natürlich sehr viel mehr Bilder geschossen. Über Rechtsklick rufe ich die Funktion Umbenennen auf. Ich aktiviere die Namensvorlage und habe nun die Möglichkeit, aus den Metadaten Parameter zur Benennung auszuwählen. Ich entscheide mich ganz oben für das Aufnahmedatum, wie schon in der Ordnerstruktur. Das ist jetzt hier vorgegeben. Um die Zahlen im Dateinamen besser lesen zu können, entferne ich aber die Bindestriche. Wir sehen hier nun den alten Namen, die durchlaufende Nummerierung der Kamera und hier den neuen Namen, der Tag, Stunde, Minute und Sekunde der Aufnahme verrät. Unterschiedliche Aufnahmen auch unterschiedlicher Kameras können jetzt einander zugeordnet werden. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Fund zu einem gewissen Zeitpunkt fotografiert wurde und können nun alle Bilder diesen Zeitraum zuordnen. Gleichzeitig ist es sehr unwahrscheinlich, dass zwei Bilder von unterschiedlichen Kameras in ein und derselben Sekunde geschossen werden und so werden mit dieser Benennung auch Namensdubletten vermieden. Die Bilder liegen nun sinnvoll benannt in gut strukturierten Ordnern. Eine ideale Ausgangslage für die Archivierung. Nun liegen die Daten im RAW-Format vor. Das kann man als problematisch erachten. RAW ist ein semi-proprietäres Format. Sie können also nicht sicher sein, ob es in Zukunft einen geeigneten RAW-Converter für genau dieses RAW-Format geben wird. Gibt es den nicht, können die Dateien nicht mehr gelesen werden. Das bedeutet, die Bilder können nicht mehr betrachtet werden. Es macht daher Sinn, die Bilder vor der Archivierung in ein geeignetes Format wie zum Beispiel TIFF zu konvertieren. Daher kommen wir nun zu Schritt 2. Zum Konvertieren rufe ich über die Werkzeuge die Stapelverarbeitung auf und im Bereich der Eingabe sehe ich hier die ausgewählten Bilder. Für die Ausgabe lege ich einen Zielordner fest, den ich nach dem Zielformat TIFF benenne. Ich reproduziere dafür meine vorher festgelegte Ordnerstruktur. Ich mache also einen Ordner TIFF. und in diesen Ordner den Ordner der Kamera und den Ordner des Tages, an dem fotografiert wurde. Den Dateinamen habe ich im vorhergehenden Schritt festgelegt und möchte ihn jetzt genauso behalten. An der rechten Seite wähle ich das Format aus, in das ich konvertieren möchte, in unserem Fall TIFF. Dann kontrolliere ich die Voreinstellungen. Ich möchte für die Archivierung nicht, dass die Bilder komprimiert werden. Ich möchte die Bilder in voller Größe und Detailgenauigkeit speichern. Außerdem sollen alle Metadaten eingeschlossen werden. Alle Bilder sind nun vom Camera Raw Format in das Archivierungsformat TIFF konvertiert und für die Archivierung bereit. Im nächsten Schritt, den ich im Folgenvideo zeige, werde ich diese Bilder für einen nicht wissenschaftlichen Gebrauch, zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit auf einer Social Media Plattform in ein komprimiertes Format konvertieren und in einer Bildbearbeitungssoftware leicht bearbeiten.